Hey Freunde, willkommen zum neuen Test. Wir testen heute eine Blackbox Batterie Neuheit 2022 und zwar die Lava Brain. Wir haben hier 28 Schuss. Das ist eine sozusagen Fächerbatterie und eigentlich auch gleichzeitig eine leise Batterie. Jetzt kommen wir aber mal zum Schwerpunkt bzw. zur Kritik. Vorweg, ich sage eigentlich selten Kritik zu irgendwelchen Batterien, aber hier muss ich leider sagen, der Spaß kostet zwischen 43 und 54 Euro. Und die Batterie brennt höchstens 15 Sekunden. Ob der Effekt schön ist, ob sich das lohnt, werden wir gleich draußen sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es unten in die Kommentare schreiben würdet, was ihr davon haltet. Ich finde, Blackbox Preise sind, ihr seht ja hier unten, hier ist alles für eine Blackbox. Aber das Thema wird 2023 auf euch zukommen. Wie ihr sagt, Blackbox ist für mich nicht mehr rentabel. Rentabel in dem Sinne, es ist einfach, es kann sich kein Schwein mehr leisten, auf Deutsch gesagt. Also sorry. Aber wie dem auch sei, wir gehen raus zur Auszündung der Performance Batterie Lava Brain von Blackbox. Viel Spaß Freunde. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.